Parivritta Navasana, das drehende Boot, ist eine Vorwärtsbeuge, eine Drehübung und eine Gleichgewichtsübung. Raffaella zeigt, wie es geht. Vom Navasana ausgehend überkreuze die Fußrücken und fasse dann mit den Händen so an die Füße, dass du anschließend dich drehen kannst zur Seite. Die Stellung fördert das Gleichgewicht, die Drehflexibilität und die vorwärtsbeugende Flexibilität. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Parivritta heißt einfach drehend und Navasana Bootsstellung.